Hey Muuu, 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 beim Rayman in den Rappelkiste für die nächste Folge Stardew Valley. Wir haben jetzt eine Kühle. Juhu, und es regnet, und wir haben jetzt noch Glück. Die Geister sind heute extra gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Das klingt doch. Moment, das habe ich nicht noch mal zu schauen, das Leben vom Land. Der Winter steht vor der Tür. Das heisst, dass erstmals Pause im Hofbetrieb angesagt ist. Es gibt keine Aussaat im Wind. Ausser du bist glücklicher Besitzer eines Gewächshauses. Aber es gibt trotzdem eine Menge zu tun. Mehr dazu beim nächsten Mal. Okay, das habe ich nämlich noch fast vermutet. Wie gesagt, der wird das... Sehr geschätzter Kunde. Sehr geschätzte Kundin. Danke, dass Sie Pierre es besucht haben. In diesem Brief befindet sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal. Pierre, entschuldige die unpersönliche Nachricht, Rainy. Viel Spass damit. 250. Gold können wir zurück über vom Pierre-Ville. Was genau haben wir gemacht? Ich verstehe nicht. Ähm... Also, ich nehme es gerne, aber... Wieso können wir das nicht zurückgeben? Chili! Das können wir nicht abgeben. Das können wir verkaufen. So, da hat es den Kürbis gegeben. Zöge! Es ist der 25 ist. Noch drei Tage. Haben wir noch? Ich glaube... Ich glaube, da pflanzen wir nichts mehr an. Da ist noch etwas gewachsen. Da ist noch etwas gewachsen. Da noch... Da oben aber nicht. Ich schaue, ob es einmal runterkommt oder nicht. Dann gehen wir unsere Hühneis noch ein. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue zuerst, wie viel haben wir da? Ich schaue. Ich schaue. Ich habe noch keine Durst. Wo können wir es dann... Ich schaue. 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 Ich sehe das wirklich fast nicht da drin. Muss ich sagen. Irgendwie... Da haben wir noch irgendwie etwas auftragsmässiges. berühmtes Omelette. Ja genau. Perlenkorb. Sammeln... Äh... Erz. Das könnte vielleicht sogar herkommen. Aber... Das ist nicht die falsche. Cool auch, dass man da nur... Nein. Dass man da nur so viel Heu rausnimmt. Bis es dann auch braucht. So. Und wenn es die da auch im Geniessen sind. Gut. Wieder wieder die Pupilze versorgen. Wie sieht es aus bei den Eiern? 12 von 24 die Hälfte haben wir. Wir haben noch 11 Tage. Okay. Sind wir gut unterwegs. Ähm... Das noch verkaufen. Und dann würde ich doch sagen... Wir gehen Höhle, respektive. Moment. Wir gehen gehen Höhle. Jawohl. Wir legen aber noch ein paar Sachen ab. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Nehmen wir auch da. Nehmen wir beide mit. Das nehmen wir auch mit. Weil das erledigen wir glaube ich noch schnell. Und ich kann es nicht einfach... Ja. Ja. Auf der Wüste. Sobald man dann vielleicht auch in die Höhle kommt. Sofern es ja wirklich so ist wie ich mir das vorstelle. dass wir dort runterkommen, wenn es äh... dass wir dort runterkommen, sobald sobald wir da bei unserer Höhle ganz unten sind. Neue Belohnung? Jetzt bin ich gespannt. Sammle Vogelscheuche, sammle sie alle! Ich nehme die gerne. Das nächste Mal mit. Stell dir mal... ...da rüber, wenn es recht ist. So. Und dann... Let's fetz do the mines. Wir sind schon... ...racht wie unten. Uiuiuiuiuiuiui. Ähm... ...herbstfülle da oben. Das da oben, das da oben... ...plus 2 Verteidigung auch noch. 22, 99, 290. Dann aber gleich das mal da oben. Ähm... ...das denn da... ...äh, so... ...äh... ...so. So, hinfort mit dir. Auch mit dir. Du bist gar nichts. Hat so ausgesehen wie so ein Feind. Aber ist gar kein Feind. Ähm... ...hat mit dir schon fast... Einmal Zwetschgen. Zweimal. Irgendwann müssen wir ihn vielleicht auch wieder mal... ...an den alten Autosachen holen. So... ...weil so Kupfererze z.B. ...und so. So... Jetzt müssen wir ihn dann auch wieder haben. Nicht nur Gold. Also... ...moment bin ich gerade froh... ...um das Gold, das wir hier sammeln können. Nicht, dass ich jetzt da unglücklich wäre, aber eben so Fleisch zum Beispiel, also Käferfleisch zum Beispiel, das haben wir schon lange gekämpft. Aber was ich da ein bisschen froh bin, ist der Ring, wo es stetig Licht gibt. Den muss ich sagen, der ist echt nützlich. So, Stegen wäre schön, da zum Beispiel. Oder da, ja genau. So, wieder ein bisschen Gold einsammeln. Das Heibergezirkbehebungs, das macht mir noch halb einen, halb einen anderen Stein. So. Der Stein da unten sieht noch ein bisschen speziell aus. Was haben wir da? Einen Rubin. Schön. Jetzt da noch mal einen. Er da jetzt noch mal einen. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Topaz. Topaz weiss zwar immer noch nicht genau. Ich weiss, dass wir da unterbrauchen, wie tief wird das hier überhaupt. Hier unten hat es noch ein paar Kameraden. So. Stegen wäre schön. Und was auch mal wieder schön wäre. Einen Ort, wo man so richtig Kohlen bekommt. Also so Kohlen, um Sachen zu brennen. Dereben gehauen zweimal. Aha. Komm, sag ich es. Es sieht doch fast so aus, als wäre es wieder so weit. Der Sound ist verwirrend. Ich habe immer das Gefühl, jetzt geht etwas ab. Golderz. Schön. Wieder schön. Was haben wir da? Kupfererz. Cool. Mit einem Schlag. Offene Zeugs. Jetzt hat es gar keine Feinde. Sechs Golderz. Krass. Also, das Ding, wenn man Glück hat, dann nützt es echt viel mehr. Ich habe das Gefühl. Aus diesen Kisten kommt irgendwie so gar nichts raus. Ja, wir haben hier noch ein Platz. Sechs Kohlen. Cool. Dann würde ich sagen, da ist es. Nein, da. Ja, sag ich doch. Wieder ein bisschen Golderz. Oh, da ist schon ein Raum gegangen. Energie. Energie können wir noch aufladen. Zeit. Zeit. Die Zeit müssen wir in den Augen behalten. Wenn wir dann zu mitten drin stehen. Hm. Ist uns auch schon passiert. Wenn wir euch noch erinnern. Kommt man dann nicht mehr weg. So. Den habe ich ein bisschen schlecht bearbeitet. Die sind giftig. Die Kälber. Dort habe ich eine Steige. Das habe ich gesehen. Aber ich gebe hier in der Mitte noch recht viele Kisten. Und so. So. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch. Das liegt also meine zu dicke Stiefel. Gut. Jetzt machen wir schnell. Ein taktischer. Blombeereesser. Da. Da. Da haben wir so viel gesammelt. Da. 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 Nehmen wir doch das mit. Ich meine, wenn es schon den Abend dreht. Komisches Brötchen. Dann würde ich das ja jetzt wahrscheinlich nicht zwingend mitnehmen. 1900. Full Null, die Zeit her, das liegt immer noch drin, was haben wir denn da, jetzt alles Knochenfragmente, cool, jetzt hätten wir aber am liebsten einfach Stegen, ich weiss jetzt nicht, ob es sich mega gelohnt hat, diese Kiste abzuholen, also irgendwie, so, so, ich wollte sagen, irgendwann wäre ich noch stark geil, oha, äh, gleich mal gegönnt hat er sich, der Rainy hat sich gleich mal gegönnt, Stufe 100, du hast einen Sternfallfrucht gefunden, ist merkwürdig aber, der Geschmack erinnert dich an Leer und Kuh, deine maximale Energie, die erhört, coole Sache, Okay, ja und da sieht es ja wohl so aus, als müssten wir da fischen, ich glaube zwar, dass die Fischerrute das nicht mehr raushalten, was fangen wir mit Müll, Ich bin ziemlich sicher sogar, dass die Fischerrute, ja das wird eher das heisse Skola sein, ähm, Irgendein Fisch, das können normale Fische, ohne Köder wird das noch echt schwierig, he, so komm, Okay, da fängt man wohl kein Fisch, so, he, was haben wir da? Irgendein kleinerer Raum, habe ich das Gefühl, das ist jetzt gerade auch ein gar kleinerer Raum gewesen, irgendwie, oder, in welchem, irgendwie, ich habe nachher Angst, während jetzt wahrscheinlich auch noch neue Geister kommen, Irgendwann haben wir da neue Geister und das sind so die mega krassen, super mega krassen Geister, Aquamarine, Das haben wir auch schon abgegeben, he So, das Zitter im Auge behalten, he, Energie haben wir dank der Sternentalfrucht, jetzt sind wir mal ein wenig genug, Aber dort der Fischer, gewohne Köder, hätte das so ein Zeichen sein, dem Lava? Fangst nichts Komm jetzt einer noch? Man könnte nur mal schauen, wie es weiter unten nachher aussieht Ist es genau bei dem? Nein Da-da-da. Ein Omni-Giode. So, gehen wir da mal runter. Als Nensch des Viechers. Ähm. Chin-Ju. Binnen verlassen. Jawohl, sonst wären wir nämlich gerade gestorben. Ähm. Chin-Ju. Plus 1 Verteidigung. Plus 6 Immunität. Cool. Die kommen vielleicht. Plus 1 Verteidigung ist zwar ein wenig. Aber 6 Immunität. Dann wäre es nicht immer so lahm. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm. Wie sieht das Wetter im Morgen aus? Windbühne sind ganze Tage neu. Leben vom Land. Der Winter. Ja genau. Das kennen wir ja auch schon. Ja, also so ein... So ein Höhletag geht meistens ein bisschen schneller durch. Als äh. Als äh. Als sonst so ein Standorttag wo wir noch ein bisschen am säen sind und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen länger, ein bisschen schneller gegangen. Aber wir haben doch wieder ein paar Sachen. Wir haben 5 Magamageoden. Ui. Feuerquarz. Und ein komisches Brötchen. Ich meine das sieht schon irgendwie komisch aus. Das ist irgendwie seltsam. Ja, irgendwann müssen wir eigentlich wieder bei der Höhle oben starten. Dass wir wieder ein paar Käfen töten. Dass wir Käfenfleisch bekommen und so weiter. Aber ihr seht. Wir sind da dran. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es war wieder von dieser Folge. Folge 78, wenn mich nicht alles täuscht. Hat mich gefreut auch in der Höhle dabei zu haben. Wir sind schon über 100 Stufen runter. Wow. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei wäre. Bis zur Terra. Bleibt es sauber? Macht keinen Scheiss. Und tschau zusammen.